Musik Ähm, Leute, wie netten ihr eigentlich den Tag, an dem ich gekreuzigt wurde? Keine Ahnung, bin mir nicht sicher. Wann, wann war das? Ich glaube, es war Mittwoch. Nein, 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 es war ein Freitag. Jo, stimmt, richtig, ja, es war ein Freitag. Äh, ich schätze, Karfreitag macht dann Sinn? Jo, wie nennt es Karfreitag? Kar? Was ist denn Kar? Das ist Latein für gut. Karfreitag, also guter Freitag? Ja, genau, guter Freitag. Wir sind bitte, seid ihr noch ganz dicht? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Komm schon, wir nennen es Karfreitag, weil es zu deiner Auferstehung geführt hat. Und dein Sieg über den Tod? Und deine Sünde? Und die Feier von Ostern? Was zum Teufel ist los mit euch? Habt ihr eine Ahnung, was ich durchgemacht habe? An diesem Kreuz genagelt zu sein? Es tat höllisch weh, es war Folter. Bis heute kann ich keine Möcken jagen. Hast du die Löcher in meinen Handflächen gesehen? Und das nennt ihr gut? Heute kannst du...